Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Agrarmagazins. Folgende Themen haben wir heute für Sie. USDA-Berichte ausgefallen, europäische Marktberichterstattung, positiver Erntebeginn, Winterweizen legte zu, Flächenverbrauch verlangsamt, Wunderlinge auch in deutschen Geschäften, Endspurt für ClipMyFarm und das Agrarwetter. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium, USDA, hat Berichte zu wichtigen Agrarmärkten im eigenen Land und weltweit mangels Haushaltsgeld nicht veröffentlicht. Ein neues Datum wurde noch nicht festgelegt. Die vom USDA monatlich aktualisierten Schätzungen zu Weizen, Mais und Sojabohnen haben erheblichen Einfluss auf die Weltmarktpreise, wie der Pressedienst Agrar-Europe mitteilt. Es zeiten sich jedoch eine erste Ernährung zwischen Demokraten und Republikanern in dem schwelenden Haushaltsstreit ab. Der Haushaltsstreit in den USA und dessen Folgen für die USA-Marktberichterstattung macht den Aufbau eines europäischen Agrarmarktinformationssystems dringend erforderlich, lautet eine Forderung des Deutschen Bauernverbandes DBV. Dem Beispiel des USDA folgend könnte laut DBV die Europäische Union ihre weltweiten Außenvertretungen dafür nutzen, marktrelevante Informationen zusammenzutragen und von der Kommission aufbereiten zu lassen. Die Aussichten für die diesjährigen Zuckererträge waren laut des Beratungsdienstes Litz mit wenigen Ausnahmen eher bescheiden. Die Ergebnisse der Proberodung in 2013 lagen 5 bis 15 Prozent unter dem fünfjährigen Mittel. Umso erfreulicher sind erste positive Eindrücke der laufenden Ernte. Vielfach berichten Landwirte von relativ guten Erträgen. Das ist vor allem den guten September-Zuwächsen zu verdanken. Die lagen regionsweise sogar noch über denen der letzten Spitzenjahre. Der Winterweizenanbau wird in der kommenden Saison Rekordwerte erreichen. Davon geht der Internationale Getreiderat, das International Grand Council IGC in London aus. Demnach soll die weltweite Winterweizenfläche den höchsten Stand seit 17 Jahren erreichen. Für die EU erwartet das IGC eine stabile Weizenaustartfläche für 2014. Die Marktbeobachter gehen auch davon aus, dass für Weizen ein attraktives Preisniveau zu erwarten ist. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland hat in den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt um 2,3 Prozent zugenommen. Das entspricht rechnerisch einem täglichen Anstieg von 74 Hektar. Im davor liegenden Berechnungszeitraum waren es noch 81 Hektar pro Tag. Vom Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist man damit aber dennoch weit entfernt. Bis 2020 soll der Wert auf 30 Hektar reduziert werden. Mit Waren abseits der Norm will die Edeka-Kette einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung leisten. Seit vergangener Woche bieten Testmärkte in verschiedenen Edeka-Filialen Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern unter dem Motto keiner ist perfekt an. In Österreich laufen ähnliche Verkaufsaktionen. Dort kommen auffällige Produkte unter der Eigenmarke Wunderlinge in die Verkaufsregale. Ende Oktober läuft die Anmeldefrist für den Video-Wettbewerb Clip My Farm aus. Gesucht werden Videos gemacht von jungen Leuten, die zeigen, wie leidenschaftlich Bauern mit der Natur umgehen. Das Motto des Wettbewerbs, den die Initiatoren bereits zum zweiten Mal ausrichten, lautet Sound of Nature. Es finkt ein Preisgeld an Höhe von 20.000 Euro. Wer mehr erfahren will, kann sich auf der Website ClipMyFarm.de informieren. Das Wetter gestaltet sich die nächsten Tage sehr abwechslungsreich. Von Sonne bis Regen ist alles dabei. Genaueres dazu verrät uns jetzt Dominik. Hallo Jennifer, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Bayer AgrarTV. Ja, in den nächsten Tagen, da ist eigentlich für jeden etwas dabei, über Sonne, Wolken oder etwas Regen. Wobei der Regen sich meist auf die Regionen Norddeutschlands beschränkt. Das heißt dort, wo noch die Weinlese am Werk ist, zum Beispiel in Rheinhessen, in Franken oder entlang der Mosel, da bleibt es meist trocken. Also hier doch ideales Lesewetter und vor allen Dingen Temperaturen, die erreichen zum Wochenende wieder vielfach die 20-Grad-Marke. Doch schauen wir uns zunächst an, wie die Nacht zum Donnerstag verläuft. Die ist eigentlich relativ unspektakulär. Von Winter ist auch weit und breit keine Spur mehr. Die Temperaturen gehen zurück auf 10 Grad im Nordwesten und 4 Grad in Bayern. Dazu so ein Gemisch aus Wolken und einzelnen Sternen. Und nur hier im Emsland, da kann noch etwas Regen fallen. Der Donnerstag, der bringt dann insgesamt schon recht freundliches Wetter, zumindest hier im Süden, aber auch im Osten. Da gibt es mal Sonne, mal Wolken. Hier und da können sich aber auch noch dichtere Wolken halten oder auch Hochnebelfelder. Regen gibt es höchstens hier an Nord- und Ostsee, das Ganze meist hier als Schauer. Und die Höchstwerte erreichen 12, 13, teilweise im Westen bis zu 15 Grad. In den kommenden Tagen wird es dann immer wärmer. Die Temperaturen erreichen stellenweise über 20 Grad, zum Beispiel hier am Sonntag bis zu 21 Grad. Die wärmsten Regionen liegen alle in der Mitte, beziehungsweise im Süden des Landes. Im Norden und auch im Osten, da wird es am meisten am kühlsten sein. Hier sind die Wolken auch am zähsten, beziehungsweise zahlreichsten. Und hier kann es auch immer wieder einzelne kurze Regenschauer geben. Viel Regen erwarten wir aber nicht. Und der Trend für die kommende Woche ist bleibt insgesamt bei dem, ich würde mal sagen, goldenen Oktoberwetter. Hier und da zwar ein paar kurze Schauer, aber insgesamt doch relativ warm. Und die Temperaturen, die erreichen gerade im Süden noch höhere Werte, teilweise dann 22, 23 Grad. Und mit diesen Aussichten, da wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, bis am Freitag. Danke, Dominik. Weitere Informationen und Wetterwarnhinweise für Ihre Postleitzahl finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. Das war's soweit von uns. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie am Freitag bei einer neuen Ausgabe des Agrarmagazins wieder mit dabei sind. Bayer. Science for a better life. foughten Pfeid шир conséquunto